Da sind wir auch wieder. Herzlich willkommen zurück zu 4.3. Ja, ich muss mich erstmal kurz entschuldigen, aber meine Fresse, was ist denn hier los? Ich hab ja wirklich direkt danach ausgelockt, ich hab mir das gar nicht anguckt, gar nichts. Ja, ich muss mich mal kurz entschuldigen, so wegen dem blöden Scheiß-Fail, das ich da auf beliebige Taste halt. So, ich hab nur gesehen, in der beliebige Taste, irgendwie diese Explosion zu entgehen, dachte ich. Ja, nix da. Was? Ziel, entkommen aus den Slums, die das Gefängnis im Gegenunterricht. Finde einen Weg an die Oberfläche. Okay. Wieso hab ich denn jetzt eigentlich schon wieder keine Waffe mehr? Voll zum Kotzen, ey. So. Och, nö, ey. Ich dachte, ey, wirklich, ich hab mich eigentlich mal gefreut. Ich dachte so, na super, so, du kannst hier wirklich nur... Hier zieht sie auf jeden Fall ein paar richtige Schreckszenein. Nein, wiederum, ihr Baller hier gleich. Ich muss ihn abstechen wahrscheinlich. Ihr Messer ist immer dabei, ist ja klar. Muss man meine Maus noch ein bisschen runterstellen. So. Weil die Frage doch nochmal irgendwann kommen sollte. Ich benutze eine Razer Mamba 2012. Und die kann man halt, wenn man sie halt kennt, direkt an der Maus halt die DPI einstellen. Oh, da ist was vom Ernten. Eine Seele ernten. Ernten wir unsere Seele. What the fuck? Oh, ey, Alter. Die Sounds immer wieder, die sie spielen. Ja, und wie gesagt, also, ich wirklich... Ähm... Ich rate jeden, der dieses Let's Play anguckt, guckt euch bitte mit Headset an. Oh. Okay, aber diesmal finde ich jetzt keinen Schreck gekriegt. Hahaha, haben wir okay. Und vor allem spiele ich diesmal nachts. Also, hier ist alles dunkel. Diesmal ist hier... Eigentlich müsste hier noch viel schlimmer werden als das letzte Mal. Oh, das weiß ich aber trotzdem, was ich gesagt habe. Achso, aber genau, mit Headset, ähm... Weil es kommt dann echt besser rüber. Also, die ganzen Geräusche und so, die einen wirklichen versuchenden Schrecken anzulegen. Also, das sind da einfach. Kommen so einfach viel, viel besser rüber. Also, guter Tipp. Headset auf. Oder halt Kopfhörer, wenn ihr halt kein Headset habt. So, und Leute, jetzt... Sollte... Schalte diesen perversen Wichser so schnell wie möglich auf. Wie, perversen Wichser? Was hab ich denn gemacht? Hm. Alles so gut. So, okay, hier hoch. Eigentlich muss ich, glaube ich, muss ich... Alter, hallo. Ja. Oh, krass. Alles wird gut. Mann, jetzt geht mir grad voll mein Mauskall auf den Sack. Ja, ich weiß, die Racer Mamba ist eigentlich ne Funkmaus. Aber ich hab das Kabel halt natürlich dran. Was ist denn jetzt los? Das war nicht mein, äh, PC oder so. Da ist die an der Seele zu mernten. Oh, äh. Alter, alter, alter. Alter. Alter, uuuh. Jetzt versuchen sie's gerade aber. Irgendwie klappt's grad nicht so richtig, wa? Schafft's grad irgendwie mir keinen Schritt mehr als die Jahre. Das ist ja krass. Also tagsüber war irgendwie... Gruselie. Miausen. Mann, was denn hier? Oh. Oh, alter. Ich erschrecke mich immer vor mir selber. Das ist viel Schimmer an der Sache. Mann. Uffhören jetzt mit der Scheiße. Oh. Jetzt ist mir erstmal die Maus runtergefallen. Na, das war ja natürlich echt ne Über-Über-Aktion gerade. Na, ha, ha. Kann ja mal passieren. Was ist da hinten, Ina? Ja, wenn wir ne Waffe gekriegt haben, geht's dir gleich bestimmt wieder richtig hier ab, Ina. Wo? Wo denn? Halb der, der flackert hier und macht und tut, aber es passiert nichts. Jetzt sagt mir doch mal ein Schrecken ein hier. Ich brauche das gerade ein bisschen. Wenn ich nämlich weitergehe... Oh, ah, ah. Oh, oh. Okay, okay. Ich hab ja nicht gesagt. Alter, geht alle weg. What the fuck war das denn? Alter. Okay. Ich habe nichts gesagt. Alles wird gut. Oh. Haha. Okay, am besten wir rennen hier einfach durch. Wie bescheiden. Los, einfach vorbei, vorbei. Gar nicht zurückgucken. Am besten nochmal kurz. Nein, alles gar nichts. Okay. Alles wird gut. Uwe, ich höre was. Ja, ich auch. Ich, dich und so. Oh, oh. Ich werde dich mal die Tür öffnen, du musst jetzt schießen. Wieder Leute abknallen und so. Uwala. Hallo. Wow. Warte, warte, warte. Kommando. Hier, 8031. Wir haben ihn. Nein, ey. Wir halten uns auf Betäubung und Transport vor. Ey, ich drück doch. Das ist ein bisschen gekonnt. Sorry, ich hatte die Aufnahme auszusehen unterbrochen, weil ich auf meine Tastung gekloppt habe. Wie so ein bescheuerter. Alter, Alma ist da. Meine Fresse, ja, ich war gerade ein bisschen voll Panik, man. Dieses Spiel macht ihn verrückt, man. Türre. Oh. Sie sitzt ja mal noch da. Alter. Ey, und du hast du hier, ey, es mir halt. Ich stürme mal bitte, weil, äh, hab Angst vor dir. Aber ich hab noch viel mehr, äh, Angst vor dir da. Hallo. Ja, ist mir egal, ob die Waffen sind oder so. Ich will da gar nicht hin, ey, was ist denn? Hallo. Alma. Alma, ich will dir nichts Böses. Ich will dein Freund sein. Also, nicht, ah. Okay. Also nicht Freund in dem Sinne, sondern, Oh. Da hat einer seinen Arm verloren. Hups. Hups. Alter. Das ist ja ein schon brutales Spiel. Alter, wusste ich gar nicht. Ja, und wie es ist, ey, tut mir gerade leid so, dass ich da gerade die Aufnahme so, weil ich hab auf meinen Tasten rumgehackt. Ich wollte das irgendwie verhindern, dass ich davon nicht nachschossen werde. Aber. Oh mein Gott. So, wir haben auf jeden Fall wieder eine neue Waffe mit 210. Ich schimpfte, wir haben ja letztes Mal hier Plusmonition gekriegt. Ich hab das, glaube ich, so langsam begriffen mit diesem RPG-Modus hier wahrscheinlich. So, okay, wir haben auf jeden Fall eine Waffe. Das heißt, sie wird gleich wieder Lucy abgehen, wie sonst was. Und jetzt geht ja wahrscheinlich auch gleich wieder Licht aus. Alter, ist gut. Und gleich geht wieder wahrscheinlich... Hallo. Oh. Hilfe. Ich habe keine Drogen genommen. Alter, was war das denn? Puh. Aber Moment, ich muss noch kurz ein bisschen lauter auf meiner Bix machen. Oh, jetzt hab ich schon aufgedreht bis zum Gettner hier. Naja, was ist das? Alter, was ist denn das hier für ein Geräusch, Mann? Ein Greif-Truppe Echo hat keine Verbindung mehr. Wenn wir dieses Subjekt nicht bald ergreifen, wird uns das Kommando in der Luft verreißen. Oder ich euch. Oh, eine Seele. Oh, bevor wir ernten, gucken wir erstmal. Oh, ich bin voll auf die Nüsse. Kann man jetzt... Oh, jetzt ist doch ganz schön laut. Ich glaube, ich muss es doch ein bisschen leiser wieder machen. So. Hier waren wir ja schon überall. Hier kann ich eigentlich aufstehen. Aber ob das so eine gute Idee ist, in dem Spiel überhaupt richtig zu laufen? Ei, ei, da sind hier ein paar Räuche. Sie sind da, Feuer. Da, sie sind da. Oh, alt. Äh. Was sollen wir denn machen? Schon wieder so voll undurchsichtig hier. Mann, oh. Und gleich laufe ich wieder an irgendeiner Tür vorbei. So, ah, da lang. Oder ich bin schon zu immer noch vorbeigelaufen. Ey, da wird mal so nach oben. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Komm runter, komm runter, komm runter, komm runter. Hi. Mich heisse, na egal. Die Munition war es mir wert. So, aber... Wo sollen wir denn jetzt hier hin? Hier haben wir gleich... Achso, wahrscheinlich können wir... Ich hab wieder so dolle Angst gehabt, dass ich hier nicht rüberspringen wollte. Okay, hier werden gleich hier wirklich alles voller Leute sein. Was war das? Was ist das? Was ist das für ein Klicken? Pfff. Ey, dieses Spiel, Mann. Hier ne Fresse, Mann. So. Wir schaffen das jetzt hier, ohne dass ich mich einmal erschrecke. Mal gucken, ob ich das hier kriege. Huch. Huch. Vöcher Knopf. Ich steh mal ausfällt. Ja, genau. Haha. Lol. Ohne dass ich mich einmal erschrecke, da kommt der erste... Erste Rabe, aber noch hier schon schreckt. Drei Meter Abstand. Kommando, Hotel 26 Axial, fordert Caster und Mecha-Unterstützung an. Oh, oh. Und am besten, wir laufen da einfach mal schnell rüber. Rennen doch mal. Mann. Ich hab... Alter, was ist das für ein Klicke hier? Ah, das sind jetzt die Ratten, oder? What the fuck, ey. Ja, das sind die Ratten. Alter, da geht mir die auf die Nässe, Mann. Die macht mich voll Körer. So, mal gucken, wer uns jetzt hier wieder erwartet. Ich hände nicht einmal ihr Bruder oder so. Der uns auch mal kurz so ins Gesicht zu... HUAH! ...machen möchte. Alter. Was soll denn das immer? HUAH! Und mal die Töne hinter mir zuzumachen. Ich weiß... Oh, ne Ziele. Trotzdem aufpassen. Auf einmal ist der Son... Vorhin wie der Sonn sich gerade verinnert hat, war offenbar sehr stylisch. Das ist ja eine blaue. Vier Seelenband. Ja, das ist ja für ihn ja. Was ist das? Blau oder was da liegt? Ist das eine andere Ware? Ne. Okay. Oh, ist die knicklich, aber... Oh, ne, 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 ich will nicht. Oh, muss ich... Nö. Was? Ne, von da kommt keiner. Die Ränder oben rum. Oh, 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 oh. Scheiße, ich hab nicht geguckt, mann. Suche nach irgendwas. Inspektion. Mach ich nochmal die Tür auf, so. Ich will den nicht erschießen. Ich schaffe es ja, hier durchzukommen, ohne jemand zu erschießen. Jetzt immer. Ne, aber so wird aussieht... So, ja, ist ja klar, die suchen mich ja auch so. Äh, die vertragen am einen Haufen Munition, die Jungs. Ja, ich bin, wie gesagt, ausgehältlich. Hallo? Oh, aua. Mann! Komm mal raus hier. Alter, das spiegelt hier auch alles. Ich kann ihn überhaupt nicht sehen. Ja, damit ist nicht besser. Oh, leck mich am Hintern, ey. Das ist mir zu weit weg. Ich kann ihn hier nicht sehen. Ich bin mal ein bisschen nach vorne ran hier. Ach, der stinkt? Der war schon tot. Oh, ja, ja, nee, ist klar. Komm schon. Oh, fuck, 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 fuck. Hinter verstecken. Nö, wuh. Lull. Oh, Mann. Treff doch mal, bitte. Der Standard. 25-bit das SMG. Bridge, oh. Ja. Achte mal lieber auf den Bildschirm, Mann. Ach, du wurdest nur getroffen. Mal wieder nicht tot. Ich mache das einfach so hier. Die waren sowieso Monster Angst vor mir, wenn wir sie mittlerweile mitgekriegt haben. Ich habe mir natürlich die anderen Parts auch voll angeguckt.